Musik Niel übt sich als Schweizer und auf dem Dorfplatz von Lhofer tummelt sich das Volk. Es ist Medaillenzeremonie. Da stellt sich die Frage, wie geht es unseren Helden kurz vor ihrem Auftritt? Gleich, gleich bekommst du die Medaillen. Langsam nervös? Ich bin jetzt aber es geht. Es ist lustig. Cool Stimmung. Du kannst die Schweizer Rhymne? Ja, die ersten zwei, drei Sätze. Also Urs, jetzt bitten wir darum, dass du kurz die ersten zwei, drei Sätze voll erholst. Komm Urs, wir wollen singen hören. Wollen du Urs singen hören? Ich kann nicht singen. Ich kann nicht singen. Um 30. Morgen am Abend kann ich sie plötzlich. Die Goldmedaillen, nur noch wenige Minuten bist du empfehlt. Wie fühlst du dich? Gut, aber nicht so. Ja, nicht nervös oder so. Aber ja, bitte. Ich freue mich. Du bist nicht nervös? Mehrere Hunderttaugepaar werde ich jetzt gleich anschauen. Du bist Weltmeisterin. Die Pressemitteilung geht auch wirklich durch x Nationen. Dein Foto, dein Konterfeier wird berühmt. Das macht dich nicht nervös. Der Delegationschef und Klubpräsident von dreien Naziathleten ist sichtlich stolz. Vor allem als Kanu Kopp. Ich bin auch der Präsident. Ich finde es ein neues Feeling, dass wir uns im Klub jetzt einen Junior-Wellweist haben. Das wäre eine mächtige Strasse. Eine wunderschöne Tatsache. Die zweite Tatsache, die uns auch noch interessiert ist, zum ersten Mal den Heinz Weiss vor der Kamera ohne Hut. Also das Gerücht ist im Fall nicht wahr. Der Heinz hat noch ein Haar auf dem Kopf. Ja, die geht mir noch nicht so schnell aus. Jetzt aber genug Zeit. Es gilt ernst. Der Goldmedalist und Weltkampion ist Selina Zimmermann, Switzerland. Der Bronzemedalist ist Elisar Schmortig, Switzerland. Der Bronzemedalist ist Elisar Schmortig und Zimmermann Niko Meier, Switzerland. Die Sie haben ja auch auf dem Kopf. Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich kann in diesem Scheisslad einfach nicht arbeiten, es geht mir nicht, es geht mir nicht lang, ich bin ein Sock. Ich hätte einen Anstand mit dem Chef verabschiedet. Mach jetzt einfach weiter, mir ist egal, ich schneide das irgendwie zusammen. Kurz Wasser nehmen. Profi am Weg. Fassen. Nein. Das ist ja nicht mehr ein Scheisse.